los 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 fischi 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 komm zum her, Fixie Fischi Fischi, Fixie Fischi komm zu mir, Fischi 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 schön ich hätte jetzt gerne noch mal Fische Gibt's denn einen besonderen Trick? Ich weiß nicht, also irgendwie dauert das bei mir immer echt ewig. Es ist ein bisschen nervtötend, aber gut. Oh, schön. Hier, ich war mal in in Facebook, da gab's so, da gibt's doch diese Browser-Games, zum Beispiel Farmwall und so weiter. Da gibt's zum Beispiel auch Pet Society. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das manche. Das ist, da kann man auch angeln. Da gibt's dann, da kann man dann für echtes Geld so im Shop so Angelausrüstung kaufen und dann kann man da bestimmte Sonderfische und solchen Kram kaufen. Also mit, da gibt's da so spezielle Wochen, zum Beispiel irgendwie zu Thanksgiving oder so, gibt's dann halt irgendwelche Thanksgiving-Fische oder im Sommer gibt's dann halt irgendwelche was weiß ich, Fische in Form von einem Eis oder so. Sowas halt. Und, ähm, ich glaub, es gab auch Candy Cane Fische oder so. Was ist das jetzt? Äh. Ich weiß nicht. Machen wir mal so. Äh, und jedenfalls, ähm, ja, das hab ich auch manchmal gespielt. Ich weiß nicht, da konnte man, gab's anscheinend irgendwelche Tricks, wie man was Schönes kriegt. mit verschiedenen Ködern hat man hierhin nicht, ich weiß nicht. Habt ihr sowas auch gespielt? Also so Farmwall oder sowas? Weißt du, ich hab das Gefühl, dass das nicht so richtig funktioniert. Also ich hab da zum Beispiel auch sehr viel Farmwall ja gespielt. Ich hab ja auch in einem Abospecial mal Farmwall gespielt. Ich geh jetzt mal hoch. Vielleicht ist es jetzt schon heller. Vielleicht kann ich dann auch noch ein paar Spinnen töten. Schön. Ich hab eigentlich... Oh, okay, da ist ein Creeper. Vor denen hab ich immer halt am meisten Angst. Na, hallo? Eigentlich könnten wir aufmachen für die Spinne. Na los? Komm hier runter. Oh, ich, Mann, ey. Dieser Nervenkitzel hier. Es ist wirklich... Komm mir vor, wie ein Arachatek oder so. Los. Mist, ey. Komm doch hier runter. Mist. Ich bin halt auch so ein Schisser, ne? Hehe. Na, hast du mich jetzt gesehen? Sag mal, bist du zu doof? Ich möchte aber... Habe ich nicht jetzt irgendwas bekommen? Ähm. Kein Wollknäuel. Wo ist der Creeper? Da. Machen wir mal hier zu. Haben wir hier irgendwo noch Spinnen? Na, Creeper? Äh. Die verschwinden doch irgendwann, oder? Okay, ich glaube, er hat es nicht bemerkt. Ich hoffe, es sind jetzt hier nicht noch mehr. Die sind so böse getarnt in diesem Texture Pack. Das ist echt nicht schön. Äh. Angelgrute. Gehen wir mal hier runter. Dopp, dopp, dopp. So. Jetzt hoffen wir, dass hier mal noch was anbeißt. Dass wir gleich mal dann rüber zum Dschungel können. Sag mal, wird es hier schon wieder dunkel? Das wäre ganz schön uncool. Los, ein Fisch oder so noch. So muss ich das machen, okay. Los. Ja. Tun wir mal nochmal probieren und dann schwimmen wir rüber. Los bitte, Fisch, 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 schnell. Es ist doch immer so kurz nur Tag. Äh. Los. Mach. 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 Ich sollte nicht so quieschen. Ich bin ja eh heiser. Los, 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 los. Fisch, 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 Fisch. Go, Fisch. Go, Fisch. Go, Fisch. Go, Fisch. Go. Einfach schwimmen, 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 schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Na, wisst ihr, wo das her ist? Schreibt es doch in die Kommentare. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Na, Huhn? Alles klar? Herr Kommissar? Herr Huhn? Oder Frau Huhn? Ich weiß ja nicht, vielleicht bist du auch Babyhuhn.